so willkommen zu einem neuen game und zwar haben wir hier medusas labyrinth so in der art indie horror ist free to play per steam link ist in der beschreibung könnt ihr euch mal aktiv gönnen und dann starten wir mal hier die ganze runde mal gucken was das game so mit sich bringt nachja das englische ja mit dem englische habe ich das nicht so oder vielleicht doch ich habe bloß keinen Bock zum lesen das ist das einzige problem hatte ich gehabt so dann wollen wir mal sieht momentan sieht das eigentlich sehr geil aus sag ich mal und schauen wir mal also ihr könnt hier mit maus und tastatur spielen ihr könnt hier auch mit dem controller spielen so wie ihr halt am besten euch die birne wund zocken könnt ja rennen kann ich hoch sehr schön und zwar haltet hier mit der unreal engine wurde hier erstellt und jetzt sieht eigentlich schon mal ganz nice aus nicht jedes spiel sieht immer so geil aus wenn albert mit der unreal engine erstellt wird ja jetzt so spiele ey die sind übelst für den arsch ach all das englisch ey ihr wisst ja mit das englische hier könnt ihr gerne auf stop machen und euch das aktiv rein ziehen den text ja sieht doch schon mal geil aus hier leck mich am arsch alter fuck alter 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 und das müsst ihr immer schön aktiv um 11 uhr zocken nicht 11 uhr vormittags und wenn ich kriege von 23 uhr in der nacht am besten schön mit dem headset das hier nur noch diese in game geräusche hat umgebung ist heute schon gar nichts mehr dann am besten schön im dunkeln oh ja das kommt bestimmt sehr geil rüber so haben wir uns hier erstmal umgeschaut über so eine kleine lagerfeuer hier hält uns warm und los geht's ha ja wahrscheinlich weglege ich hier extrem vom hocker fallen alter da sag ich mich jetzt schon ja sehr schön geht sehr ägyptisch hier alles aus oder was auch immer geil sehr geil oh ne kette hm hm ja ich hab's ja gewusst alter ich geh jetzt da runter alles klar ich geh hier runter hm ja ich geh hier runter hm ja ich hab's ja was hm fck ey mann immer ecke ey hm 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 ne hm have some hm hm oh hm 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 wenn yo hm warp Oh, nee, nicht schon wieder hier so eine tausend Wege. Oh, ja. Sprint, press and hold, shift, du Sprint. Hm, um die Ecke gucken, hm, Alter, wenn ich um die Ecke gucke, Alter, springt irgendwas nicht an, Alter, dann wiss ich mir mich. Hm, fuck, ey. Oh, oh, wat? Ach, nee, ey, komm, ey, Leute, lass mal in Ruhe, ey. Hey, Alter, ist das so ein Ritual? Scheiße, Alter, hier. Nein, Alter. Grünet Feuer, geil. Ach, meine Frau, hiebt sich nie auf Deutsch, Mann. Oh, Scheiße. Ey, sag halt, ist da hier irgendein ägyptische Ritual? Scheiße, hier, wiss ich nämlich. Oh, Mann, Alter. Ey, ey, wo bin ich denn hier, Alter? Äh, ey, bescheuert oder bescheuert? Äh, da kam ich doch, äh, hallo? Da lang. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, ey. Alter, was ist hier los? Äh, hallo? Ja, hallo? Fuck. Ey, ey, äh, nimm die Fackel, ey. Da jetzt schon mal nicht weiter. Oh, komm, Alter, du Bastard. Na, Pfeil und Bogen, ey, alles klar, ey, da. Äh, okay. Vil du treffe? Nå, war ja klar, ey, war doch klar, ey. Na, sag mal, ey, wusst du? Nimm deine scheiß Fackel, ey. Boah, Alter, warum tut mir das eigentlich so an, Alter? Ey. Ey, hallo? Mach die Fackel an in der Feier. Alles klar, ey, ey, warum spieg ich das überhaupt, ey, ne? Alter, ich seh nix unter. Ey, du sollst die Fackel nehmen. Ich geh doch nicht da immer runter, ey, seh ich so aus. Gucken wir jetzt erstmal hier. Aha, geil. Rann, die Scheiße, ey. Lass mal hier Licht machen, hier, diesen Puff, ey. Ey, du sollst eine Fackel nehmen, ey, nicht mal wegschmeißen. Oh, es geht immer weiter runter, ey. Es geht immer weiter runter, ey. Das wird immer krass heller, ja. Echt, das wird immer heller, ja. Oh, oh, oh. Oh, was war denn das, Alter? Nein, ne Frisse, ey. Die Scheiß Fackel auch schon wieder aus, ey. Oh, Mann. Schmeiß doch nicht immer deine Fackel weg, ey, oder? Schmeiß doch nicht immer deine Fackel weg, ey, oder? Oh, super, ey. Oh, super, ey, ab, abgebrannt, die Scheiße. Die Scheiße, komm. Ich hatte doch irgendeine Fackel in der Hand, oder? Ja, hallo? Na, salg doch. Kluft doch hier nicht ohne Fackel rum. Na, salg doch nicht. Oh, fuck you, Alter. Oh, fuck you, Alter. Oh, was geht hier ab, Alter? Oh. Oh, Alter, ihr macht mich fertig, ey. Der Geile ist ja, die Fackel brennt ja richtig runter, wa? Weg den Scheiß, Alter, ey. Oh, Alter, wer stöhnt denn hier so? So, da ist ein Weg. Naja, ich wollte gerade sagen, da ist ein Weg, da ist ein Weg, aber... Da ist er zugeschüttet. Oh, Alter. Na klar, wir gehen immer tiefer, ey, jawoll. Das ist mir irgendwie zu ruhig. Ah, ne, Scheiße, ja. Ja, das ist mir irgendwie zu ruhig. Und weh, hier springt mir irgendwas an, Alter. Nimm deine Fackel. Oh, komm schon hier, komm hier, komm. An den Scheiß hier. Ja, bevor ich da lang renne, mache ich hier erstmal Stopp und sehen uns an der nächsten zauberen, spritzigen Horror-Geschichte hier weiter. Also haut da rein.